Hallo alle zusammen, ich wollte heute mal einen Tag starten und zwar, ich weiß nicht genau wie ich ihn nennen soll, also ich habe auch danach geschaut, in der Suchfunktion habe ich jetzt nichts wirklich passendes gefunden. Und zwar geht es um älteres Make-up, schrägstrich verschollenes Make-up, was aber immer noch bei euch gerne genutzt wird und in Gebrauch ist, wovon ihr euch vielleicht auch nicht trennen könnt oder was man vielleicht auch nicht mehr benutzen kann, weil es eingetrocknet ist oder sonstiges. Was ihr aber einfach noch habt, weil es noch so eine Art Schatz ist oder ein Relikt aus der Zeit, wo ihr vielleicht gerade mit dem Schminken angefangen habt und das vielleicht eins eurer ersten Produkte oder so war. Ja, sehr schön zu titulieren. Zu dem einen Fall bin ich gekommen, als ich die Tage meinen Bronzer verwendet habe und zwar ist das einer von P2, den ich nämlich vor vielen, vielen Jahren mal von meiner Mutter geschenkt bekommen habe, wo ich mich frage, warum hat meine Mutter sich den geholt oder hat sie den für mich geholt? Keine Ahnung, ich muss sie mal fragen, weil meine Mutter generell eigentlich von Make-up gar nichts hält. Sie hat auch selber eigentlich kein Make-up, außer jetzt vielleicht eine getötete Tagescreme oder so. Aber ja, wie gesagt, habe ich damals bekommen, das ist bestimmt jetzt schon fünf oder sechs Jahre alt, das Ding, wenn nicht sogar noch älter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kennt das ja noch einer von euch und zwar ist das, ich meine, aus einer Kollektion gewesen, Browsing Powder Tropical Nights. Und zwar ist das von Tropical Nights die 070 Tropical Earth. Ich habe es jetzt erst wiedergefunden bei meinem Umzug, also was heißt jetzt erst wieder, vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren oder so. Ähm, da bin ich nämlich mal meine ganzen Sachen an Schminke und die Kissen, die ich habe, durchgegangen und habe mal aussortiert. Vieles leider auch weggeschmissen, wo ich dem, ja, noch hinterher traue, dass ich es nicht behalten habe. Ähm, ja. Und zwar, ähm, ja, wie gesagt, also ich habe es damals von meiner Mutter bekommen. Ähm, es ist dann bei mir in meiner Schwingkommode, die ich damals in meinem Kinderzimmer hatte, verschwunden. Weil ich ehrlich gesagt damals noch gar nicht genau wusste, wofür ist das überhaupt? Bronzer? Bronzing Powder? Äh, was ist das? Wofür verwendet man das? Das war halt so die Zeit, ich denke mal so 16, 17, 18 oder so. Ähm, ja, da habe ich mich damals noch nicht so wirklich damit befasst, so mit einzelnen Sachen. Da hatte ich halt so mein Standard-Make-up gehabt und, ähm, habe mich halt so geschminkt, wie ich das immer wollte. Äh, da gibt es auch einige Make-up-Sinnen, da könnte ich auch ein eigenes Video zu machen. Ähm, wenn ich an die Zeit denke, äh, da gibt es so einige Fauxpas bei mir, die ich, äh, ja, heutzutage Gott sei Dank nicht mehr mache. Aber wie gesagt, Bronzing Powder war jetzt für mich so nicht notwendig. Ähm, ich fand es zwar schön, deswegen habe ich es auch behalten, Gott sei Dank, weil mittlerweile verwende ich es nämlich sehr oft, also eigentlich täglich. Und, ähm, bin sehr froh, dass ich das habe und habe jetzt erst, äh, ja, dieses Produkt, äh, wertgeschätzt. Ja, das wäre das eine, also das, womit das überhaupt alles gestartet hat. Dann habe ich halt mal rumgeguckt und habe dann diverse andere Sachen noch gefunden, wo ich mir dachte, jo. Ähm, unter anderem von Jade ein, äh, Cool Effect Cooling Cream Eyeshadow von Jade Maybelline in der Farbe 02 Cool Blues. Ähm, das habe ich sogar noch mal mehr gekauft damals. Das fand ich wohl anscheinend, äh, bei dm damals so spannend, dass ich es mir direkt zweimal geholt habe. Mittlerweile benutze ich es auch wieder. Ähm, ich habe es, äh, als ich es damals gekauft habe, habe ich es benutzt. Ähm, ich habe es damals benutzt, äh, zu der Zeit, nachdem ich es mir gekauft habe, aber jetzt, ähm, ja, nicht so, wie es, wie man es wirklich gebrauchen sollte, sag ich jetzt mal. Also, äh, ich zeige euch das eben mal für die Leute, die das nicht kennen, dass, man quitscht halt hier so ein bisschen raus. Und wenn man das dann verteilt, hat man halt so einen ganz schönen Schimmer-Cooling-Effekt. Also, das fand ich damals, das fand ich damals ganz toll. Ähm, eben halt ein Fauxpas, der dabei passiert ist, ist halt, dass, dass damals bei mir auf das gesamte Lied aufgetragen wurde. Und, äh, natürlich nichts drüber zum Fixieren oder sowas, weil das dann natürlich eine cremige, am Anfang sogar recht flüssige Konsistenz hat. Und, ähm, ja, und dass ich nach Drama-Zwinkern mich gewundert habe, warum alles in Liedfalte verschwindet. Weil ich damals natürlich auch sowas wie, ähm, ja, äh, äh, Lidschatten-Base nicht kannte, äh, ja, mich darüber gewundert habe. Äh, äh, stand außer Frage. Und, ja, dann ist das erstmal so in die Ecke verschwunden und dann habe ich es, wie gesagt, beim Umzug wiedergefunden und, äh, benutze es jetzt je nachdem, manchmal oben als Highlighter oder, ähm, ja, arbeite das in das Make-up mit ein. Und, ja, ich entdecke es so gesehen momentan einfach neu. Ähm, wie gesagt, bei vielen Sachen, ihr müsst natürlich gucken, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so ist. Äh, ich vertrage die Sachen. Natürlich sollte man, jedes Make-up hat ein, äh, Haltbarkeitsdatum. Natürlich sollte man die Sachen nicht über, äh, das Haltbarkeitsdatum hinaus, äh, verwenden. Also viele Sachen klumpen dann, äh, die kann man dann eh meistens nur wegschmeißen. Wenn ihr jetzt natürlich so Sachen habt, äh, wie ich hier, äh, die noch die gleiche Konsistenz wie damals haben und man es auch noch benutzen kann, äh, sei trotzdem vorsichtig. Ich weiß, dass ich es vertrage, aber wenn einer von euch jetzt natürlich, ähm, sensibler Haut hat oder, äh, allgemein weiß, dass er auf so etwas immer komisch reagiert, dann probiert das lieber vorher an irgendeiner Stelle eure Hand aus. Lasst es 24 Stunden drauf und guckt dann, ob ihr irgendwelche Rötungen oder sonst was habt. Weil gerade Sachen, die in den Augenbereich gelangen, darf man natürlich nicht mit spaßen. Und, äh, wie gesagt, falls, äh, bei euch da irgendwas auftreten sollte, dann schmeißt es weg und bringt einfach nichts mehr. In meinem Fall habe ich Glück, die Sachen halt noch wunderbar. Das ist bestimmt auch schon sechs oder sieben Jahre alt, also mindestens. Dann habe ich als nächstes auch noch gefunden, die beiden Teile hier von Astor, ähm, und zwar sind das Eiglosse. Und zwar habe ich hier einmal die Farbe 008 Satin White, wie gesagt, von Astor. Und hier Eiglosse, ähm, in der Farbe 011 Beige Bronze. Wie gesagt, das hier ist einmal so ein Weiß. Das sind Cremelidschatten. Uuh, geh auf. Hier, und die haben halt so einen schönen, auch wieder so einen schönen Cooling-Effekt. Ähm, ich glaube, das habe ich damals zur selben Zeit geholt wie, äh, halt das Zeug hier. Weil ich damals auf dieses, äh, Schimmergedöhne und, ähm, Glitzer hier und Glitzer da total abgefahren bin. Das war ja zur Zeit, äh, Disse und Weggehen und überhaupt draußen auffallen und ach, ich trage Make-up und bla bla bla. Wie gesagt, hier, ähm, sehr schön. Also benutze ich auch heute, äh, mittlerweile jetzt wieder total gerne. Ähm, das hier auch. Auch das habe ich früher sehr oft gerne, ähm, ja, für mein Alltag Make-up benutzt. Äh, ja, natürlich auch wieder einfach so aufgetragen. Gewundert, warum verschwindet es in die Lidfalte? Und, ähm, hat mich aber trotzdem nicht weiter gestört. Also ich bin dann auch so weiter rumgelaufen. Ah, faux pas, faux pas, faux pas. Oh Gott, ja. Ja, heute bin ich eines Besseren belehrt und, äh, benutze die beiden Teile sehr gerne als, äh, Lidschattenbase oder ähnliches. Also, äh, ich finde die heute noch sehr gut. Puh, das einzige Manko ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die damals schon so schlecht gerochen haben oder, äh, ob das jetzt erst, wie gesagt, mit dem Alter aufgetreten ist. Also, also vertragen tue ich sie, das ist kein Thema, aber Leute, die halt empfindlich sind mit Geruch, denen würde ich das halt nicht mehr empfehlen, weil es riecht, ja, als hätte sich ein, ein Play-Doh-Männchen übergeben. Also, ähm, ich kann es mir irgendwie nicht anders beschreiben. Es riecht irgendwie nach Play-Doh-Kotze. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, es riecht halt sehr plastisch. Plastik, nach Plastik, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Aber wie gesagt, immer noch ein sehr beliebtes Utensil, benutze ich sehr gerne. Ja, dann habe ich zum Beispiel noch, was auch schon sehr lange in meiner, äh, Make-Up-Schatz-Truhe ist, ist dieser Nagellack von Manhattan. Äh, das ist jetzt ein Quick-Dry-Flu. Davon hatte ich auch noch mehrere Farben gehabt. Das ist jetzt noch die harmlosere Version davon. Die anderen habe ich wahrscheinlich damals beim Umzug weggeschmissen. Äh, die kamen nämlich sehr den Nagellacken, ähm, von der Mac Disney LE-Sender. Ja, die hatten halt auch so einen, äh, diesen Auto, Autolack, diesen Duo-Changierenden-Chameleon-Lack, ähm, den halt Autos halt auch gerne haben. Ähm, auch genauso in so Farben halt. Also ich hatte, äh, einen, der kam, der Bad Fairy halt sehr ähnlich, äh, der war halt pink und hatte dann halt so Gold, äh, ja, Orange reflektiert. Und, äh, äh, dann hatte ich noch einen Blauen gehabt, der, glaube ich, noch so grünlich changiert hat, äh, der halt, ja, nicht wirklich den Formidable ähnlich kam. Aber, ähm, ja, also es hätten gute, Anführungsstrichen, nicht wirklich Dupe sein können, aber, ähm, gute Konkurrenten. Wie gesagt, ich hab jetzt momentan nur noch den grünen, der ist halt nicht wirklich spektakulär, der ist jetzt halt nur so leicht, ja, ähm, schimmernd durchzogen, auch mit grün, Gold, bläulich, aber halt nicht so extrem. Man, das fällt halt nicht so wirklich auf. Das ist jetzt die Farbe 110, nahm halt nicht. Und, ähm, es ist halt dafür bekannt, dass es im Disco-Licht, äh, fluoresziert. Habe ich nie ausprobiert, deswegen kann ich jetzt gerade gar nichts dazu sagen. Ähm, dann habe ich noch, 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 den Nagellack hier von P2. P2, da sah P2 Nagellack noch so aus und nicht so, also auch schon ein etwas ältere Schätzung, ich weiß gar nicht, wie alt das jetzt ist. Das ist jetzt die 134 von damals, keine Ahnung, wie die hieß, heißt, äh, von P2, das ist das Triple Power Nähpolisch, 3 in 1, was es gab. Was sollte das denn überhaupt? Ultra Elastic, Long Lasting und Quick Drive. Oh, benutze ich aber, muss ich ehrlich sagen, äh, sehr selten, weil das ist, äh, so ein, ähm, ja, kein altrosa, sondern so ein altpink, würde ich jetzt mal sagen, ähm, mit, äh, pinkem Schimmer drin. Ähm, sieht so sehr schön aus, aber ich finde, das hat irgendwie sowas Oma-haftes. Ich weiß nicht genau, ob ich das sagen soll, aber, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich muss die vielleicht nochmal irgendwie drauf machen oder auf dem Nailwheel, äh, mal swatchen oder so. Ähm, wie gesagt, ich hab's jetzt auch nicht oft benutzt. Ich glaube, es war auch wieder eins dieser Dinge, die meine Mutter mir damals mitgebracht hat, wo ich wieder denke, warum hat meine Mutter, äh, Nagellack gekauft? Meine Mutter trägt kein Nagellack. Ähm, ja, wie gesagt, ich hab noch einige andere Schätze, aber das würde jetzt hier den Rahmen einfach sprengen. Falls euch das, äh, jetzt irgendwie bekannt vorkam oder die Produkte bekannt vorkamen oder, wie gesagt, ihr auch noch solche Schätze habt, dann tagge ich euch jetzt hier mit. Ähm, und würde mich halt gerne, ja, ich würde mich über eine Videoantwort freuen, äh, eurerseits, weil ich auch gerne mal wissen möchte, was ihr noch für alte Schätze, ähm, ja, bei euch so rumliegen habt, die ihr auch noch gerne verwendet oder die ihr einfach nur aus, äh, Gründen der Nostalgie behalten habt. Ja, wie gesagt, da würde ich mich, äh, über eine Antwort freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann, ähm, ja, kommentiert es, gebt mir einen Daumen hoch, hoch, abonniert mich und dann bin ich glücklich. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und, ähm, ich bin da mal weg. Ne? Tschüss!